Herzlich willkommen. Ich habe heute eine wundervolle Gästin hier im Gespräch rund um das Thema Achtsamkeit für Eltern oder auch Achtsamkeit durch unsere Kinder. Und zwar ist es die wunderbare Ines Imdal. Ines, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Lillian, dass wir heute reden. Danke für deine Zeit. Ines, du bist ein Multitalent, so nehme ich dich zumindest wahr und für viele tatsächlich auch ein Role Model für das ganze Thema Vereinbarkeit aus Beruf und Familie. Du bist Unternehmerin, du bist Gründerin, du bist Diplom-Psychologin, Marktforscherin, Moderatorin, Autorin und dann auch noch Mutter von vier Kindern. Das ist total beeindruckend und natürlich sind wir alle ganz neugierig, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Aber bevor wir da eintauchen und auch natürlich noch mal erfahren wollen, wie das ganze Thema Achtsamkeit so in deinem Leben noch eine Rolle spielt, vielleicht hast du ja auch ein Zitat, das du persönlich verbindest mit dem ganzen Thema Elternsein, Achtsamkeit, Resilienz. Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter und das Geheimnis des Jugendbleibens ist ja schon eng verbunden mit der Achtsamkeit, dass man eben im Moment lebt, darauf achtet, dass man gut isst, gut lebt, sich nicht immer nur beeilt und ansonsten lügt darüber, wie alt man ist, obwohl es auch allgemein bekannt ist. Ja, und ein Zitat, das ist ja immer so eine Sache, was möchte man, was dann in die Öffentlichkeit geht. Ich würde sagen, das Wichtigste beim Thema Kinderachtsamkeit und Resilienz ist, dass Vereinbarkeit keine Frauensache ist. Und das höre ich halt immer und immer wieder, dass Frauen sich mit dem Thema Vereinbarkeit auseinandersetzen. Und auch vor 20 Jahren, vor 22 Jahren, als ich mein erstes Kind bekommen habe, war das ein Frauenthema. Und jetzt gibt es jede Menge Instagram-Kanäle, wo immer noch die Frauen über das Thema Vereinbarkeit reden. Also Mama-Meeting, wie es alles heißt. Das ist gut und schön, aber ich bin eben der Auffassung, dass wir uns entwickeln müssen und deswegen, wenn ihr das alles zusammenbringen wollt, Vereinbarkeit ist ein partnersches Thema. Ja, sehr, sehr wahr. Was ist denn Vereinbarkeit für dich oder was wäre dir denn vielleicht so ein Herzensanliegen in diesem Kontext? Ein großes Herzensanliegen ist mir, dass man sich über das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Kinder, Partnerschaft, denn die Partnerschaft muss ja auch noch vereinbart werden, bevor man eigentlich Kinder bekommt, und bevor man sich entscheidet, das zu tun, einen guten Plan macht, eine gute Idee davon hat, nicht einfach nur auf sich zu holen. Ich habe gesagt, ich warte mal ab, wenn das Kind da ist, wie stresst ist das, und das muss sich dann alles von fügen. Was sich dann gefühlt, ist zu 50 Prozent Frau geht in Freizeit, Mann arbeitet weiter und man hat irgendwie das Gefühl, die Zeit, wo das Kind dann mal schläft, ist mal so gestresst, dass man selber auch am liebsten die Augen zumacht. Funktioniert also nicht. Dass der Plan anschließend geändert werden kann, ist richtig und wichtig. Jeder Plan diente dazu, eine Orientierung zu schaffen und angepasst zu werden, aber die allermeisten jungen Frauen, die ich im Moment sehe, rennen im Systema Vereinbarkeit, Familie, Partnerschaft, ohne sich vorher mit ihrem Partner darauf zu einigen, wer für was, wann, wie verantwortlich ist. Und der Plan, das ist eben wirklich was anderes, der Plan entsteht nicht beim Gehen. Dieser Weg entsteht nicht beim Gehen. Den muss man vorher machen. Ja, wie machst du das denn? Also da sind wir natürlich jetzt neugierig. Also wie organisierst du dich denn da mit deinem Mann und deinen vier Kindern? Ich weiß ja nicht, wie alt sie sind. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Überblick geben und vielleicht uns mal einen kleinen Einblick geben, was da vielleicht eine Inspiration sein könnte. Also wir haben ein, damals vor 22 Jahren, mein ältestes Kind ist 22, mein zweites ist 18, meine Tochter ist 14, mein jüngstes Kind ist 12. Drei Jungs und die Tochter ist 14, also ich habe drei Jungs und ein Mädchen. Damals vor 22 Jahren war es schon so, dass wir mit unserem Modell relativ viel gehen. Erfahren haben. Und jetzt, vor einem halben Jahr, habe ich da einen Post gemacht, das Modell, wie du schon richtig sagst, fast zu so einer Art Role-Model geführt. Ja, den kenne ich, den Post auf LinkedIn. Ja, ja, und der hat eine Reichweite, von dem wahrscheinlich heute viele Zeitschriften räumen. Also über eine halbe Million Menschen hat sich das angeschaut. Aber wie sieht das Modell aus? Also die Ausgangsländer hat tatsächlich, dass ich mit vielen Frauen gesprochen habe, die jetzt Mutter werden oder waren Mutter geworden sind und die gleichen Probleme hatten, die ich damals auch hatte. Wir haben uns damals entschieden, uns die Kindererziehung zu teilen, soweit so unfektakulär. Aber wir sind beide Unternehmerisch tätig, konnten also nicht ernsthaft in unserer Dienstleistungsbranche Teilzeit arbeiten. Das heißt, die 40 Stunden waren irgendwie gesetzt und wir haben dann überlegt, wie können wir das machen? Weil wir wollen ja nun auch was von unserem Kind haben. Damals war es ja erst mal nur eins. Und dann haben wir uns überlegt, dass es eine gute Idee ist, die Arbeit anders zu denken. Also nicht im gleichmäßigen 8-Stunden-Rhythmus, sondern im abwechselnden 6-Stunden-10-Stunden-Rhythmus. Also 10 Stunden sind übrigens auch etwas, was in jedem Unternehmen als Festangestellung noch erlaubt ist, also auch gesetzlich noch erlaubt ist. Und so kommen halt auch auf 40 Stunden. Also wir haben die Wochen dann eingeteilt in lange Tage und kurze Tage. Also montags habe ich einen kurzen Tag, Dienstag und Montag einen langen Tag, Donnerstag einen kurzen Tag und die Freitage abwechselnd. Also jeden zweiten Freitag lang, jeden zweiten Freitag kurz. Kurzer Tag bedeutet, ich bin um 14 Uhr zu Hause bei den Kindern, wenn die aus der Schule kommen. Jetzt damals war es der Kindergarten, der ein bisschen länger auf hatte. Und bin an einem langen Tag dann eben 10 Stunden unterwegs. Da reise ich dann auch mal als Selbstständige, sind es dann auch schon mal zugegebenermaßen mehr als 10 Stunden. Aber der Plan war eben genau das, sodass ich eben in der einen Woche 42 Stunden habe und in der anderen Woche eben 8.30 Stunden. Leicht sich das ein bisschen aus. Und wir haben quasi jeden zweiten Nachmittag Kindernachmittag. So heißt das auf uns im Unternehmen und es steht auch im Kalender. Es steht dann Jans Leunecker, Kindernachmittag, Berlin-Sinder, Kindernachmittag. Es steht dann da drin. Und an diesen Kindernachmittagen ist es so, wenn jetzt ein Kind krank wird, zum Beispiel, muss derjenige zu Hause bleiben, der einen Kotzentag hat. Das ist ja ein riesen Streit ein. Das müssen wir fragen dann immer, wer kümmert sich. Ja, das kennt, glaube ich, jeder, ja. Ja, oder wenn das Kind im Kindergarten anfängt zu kotzen oder was im Alltag ist mit Kindern oder sich irgendwas aufgeschlagen hat. So lange wieder kurz zu sehen, abgeholt werden muss, muss derjenige los, der einen Kotzentag hat. Das hat zur Konsequenz, dass unsere wichtigen Termine eher an den langen Tagen gelegt wurden, weil die ja dann auch sicher waren. Und das hat auch zur Konsequenz, dass wir die Tage wirklich über das ganze Jahr im Kalender haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kunden haben, der sagt, ich brauche Sie aber, Frau Imdahl, unbedingt am Montag am Mittag. Das geht nicht anders. Dann muss ich mit meinem Mann diesen Tag tauschen. Und das geht über unsere Assistentin, die hier im Unternehmen ist. Und dann eben prüft für mich, ob ich den Tag mit meinem Mann tauschen kann. Also anfragt. Das dauert dann ein bisschen länger. Die anderen Tage, meine langen Tage kann ich immer vergeben. Also da brauche ich keine Rücksprache zu halten. Aber so sage ich das auch. Ich muss dann immer Rücksprache halten, ob ich den Termin tauschen kann. Ja, und dann ist natürlich ganz wichtig, dass wir eine Organisation haben, die dafür sorgt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel abends mal übernachten muss, dass meine Beraterin vorkommt, dass dann am nächsten Morgen mein Mann nicht schon um sechs Uhr los muss, im Zug steigen muss oder früher im Flieger, dass sie da drauf achtet, dass morgens also kein Clash entsteht, denn morgens kriegt man bekannterweise keine Kinderbetreuung. Nachmittags ist das ja schon mal möglich, dass man drei oder irgendwie mal jemanden hat. Ja, das ist eigentlich dieses Modell ganz grundsätzlich. Ich habe auch den Vorstellungen, dass wir abwechseln und mit den Kindern für die Schule lernen, abwechselnd Fußball spielen, aber nicht so gut. Wir haben aber natürlich jemanden, der hier unsere Assistenz macht und der das mitmacht. Also der im Grunde unsere Termine auch so koordiniert, dass das Private in dem öffentlichen Bereich mit berücksichtigt wird. Jetzt ist das ein Modell über das ganze Homeoffice und Corona, was für unglaublich viele Leute interessant ist und was damals, und auf die Füße gefallen, das inkludiert viel Homeoffice, tut es, weil manchmal werde ich natürlich nicht fertig, noch mal die Arme fahren und damals ging das mit dem Homeoffice gar nicht. Das kann man sich heute gar nicht bepustellen. Ja. Weil es war, aber war damals und ich werde mich müde, das Modell zu erzählen, weil ich nicht glaube, dass es nur für Selbstständige geht, sondern durchaus auch in anderen Unternehmen realisierbar ist. Bei Vertrauensarbeitszeit, Gleichzeit, hast du nicht gesehen. So, das war jetzt schon ganz viel viel. Ja, aber total spannend. Also ich finde das sehr, sehr inspirierend. Und wie du auch sagst, also es ist letztendlich eine Struktur, aber ihr habt trotzdem so eine Agilität drin, immer irgendwie auf Veränderungen auch reagieren zu können. Und ich bin ja neben der Achtsamkeit, ist ja mein anderes Herzthema die Agilität. Insofern finde ich das ganz toll, dass ihr da trotzdem noch die Möglichkeit habt, euch ein bisschen dann auch anzupassen an die Gegebenheiten und eben auch jemanden einbindet. Also ich glaube, das machen auch viele nicht, dass sie immer denken, ich muss alles alleine schaffen. Aber das ist ja auch total wertvoll, wenn ihr da jemanden habt, eine Assistentin, die sozusagen nicht nur das Berufliche im Blick hat, sondern eben auch den Familienkontext. Und dadurch allein schon deshalb eine Integration geschaffen ist, dieser Welten. Ja, Lilina, sagst du was ganz Wichtiges, weil diese Trennung von Beruf und Privaten oder von Beruf und Familie und Partnerschaft ist ja eine total künstliche. Die ist auch irgendwann mal hergestellt worden. Das ist ein paar Jahrhunderte her, dass man gesagt hat, das Emotionale, das Private, das gehört aus dem Beruflichen aus. Und das Öffentliche, das darf nichts mit Familie zu tun haben. Glücklicherweise ist über Corona, und das ist einer der wenigen Vorteile, die wir haben, und über das Homeoffice ist so oft passiert, dass Hunde und Kinder ins Bild springen, dass wir endlich mal in unsere Köpfe ziehen. Dass wir nicht als Frauen arbeiten gehen können und komplett ausschalten, dass da ein Kind vielleicht krank ist. Sondern dass das einen Zusammenhang hat, dass das was mit unserer Arbeitsfähigkeit, unserer Leistungsbereitschaft macht. Dass wir immer auch das mitdenken. Also Frauen tun das ja noch, oder das Weibliche tut das viel intensiver, als das Männliche das tut. Und dass das für uns eigentlich, und auch für die Unternehmen eigentlich, ein großer Mehrwert ist, dass wir das tun. Dass wir nicht so abkapseln und sagen, da ist Beruf, da ist Privat. Sondern dass das insgesamt total zusammengehört. Deswegen gibt es bei uns im Unternehmen hier in Rhein-Golz-Solong auch immer die Möglichkeit, dass hier auch Kinder einfach mal mit sind. Ja, die gehören ja zu der Welt dazu. Und wenn sich das nicht anders realisieren lässt, weil ein Kind eben an dem Tag keine Schule hat und dann einfach mal mitkommen muss, für ein paar Stunden was getan werden muss, dann ist das in Ordnung. Was gehört denn dazu? Das ist dann nicht irgendwie so, darf nicht sein oder ist nicht genug wegdelegiert worden. Sondern das ist dann eben mit dabei, weil es auch zum Leben dazu gehört. Und das, finde ich, hat Corona uns wirklich geschenkt, zu sagen, das gehört zusammen. Obwohl das zuerst im Raum geht. Aber ich will ja mal den positiven Blick reinbringen. Weil ich finde, da geht es auch ein bisschen drum bei der Achtsamkeit. Das Positive und im Moment auch mal zu sagen, das können wir davon lernen und das können wir mitnehmen. Das haben wir davon. Was heißt denn Achtsamkeit für dich? Oder wie bringst du das denn auch in dein Leben? Also das Leben im Jetzt, sei es jetzt im beruflichen Kontext oder auch im privaten. Also ich meine die Gesamtintegration. Was bedeutet das für dich? Also ich habe deinen Text gelesen, deine Fragen, und habe gedacht, wow, das ist echt eine schwierige Frage für mich. Weil ich oft hadere und oft denke, da bin ich nicht gut genug, das habe ich nicht geschafft. Also oft mehr in diese Optimierung der Zukunft denke. Und das ist ja dann mal das Gegenteil von jetzt. Aber in dem Moment, wo wir das erkennen, sind wir schon achtsam, Ines. Also insofern. Ja, guter Punkt. Also ich fühle das mit dem Selbst und der Achtsamkeit besonders, wenn ich meine Kinder lachen höre, sehe sie im Gespräch lachen und wenn das hier im Unternehmen auswirkt. Ich finde Lachen einen unfassbar tollen Moment, der uns absolut in die Herzen bringt. Also das ist das, was mir eingefallen ist und wo für mich alles zusammenkommt. Die Lebensfreude, das konkrete Dasein, das sich nicht mehr entziehen können und das genau auf den Punkt, und das schafft dann auch noch diese Gemeinsamkeit, weil man lacht ja selten alleine. Ich muss auch gerne machen, dass ich selber mal lachen, aber ich meine jetzt so dieses herzhafte, gemeinsam ins Lachen kommen. Und ich freue mich immer wieder, dass ich hier auch auf den Fluren die Menschen unglaublich viel lachen höre. Und das finde ich super. Und mit meinen Kindern erlebe ich das ja jetzt schon ein bisschen älter. Viel auch beim gemeinsamen Essen, wo wir alle Medien verwannen, wo dann gewitzelt wird, sich gegenseitig geneckt wird und viel gelacht wird. Und das finde ich einen sowohl entspannenden als auch erfrischenden, als auch einen Moment, in dem man sich überhaupt nicht erziehen kann. Wunderschön. Achtsamkeit ist auch Freude. Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Gerade Kinder lachen, da geht einem ja auch selber das Herz wieder auf. Und dann bist du ja schon bei dir und auf der Herzebene und nicht mehr nur auf der Kopf- und Denkenebene. Ich habe ja auch im Vorfeld mit dir die Marienkäfer-Momente-Geschichte geteilt, die ich mit meiner Mutter erlebt habe und die mich auch inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben. Was hat denn diese Geschichte in dir ausgelöst? Welche Impulse, Gedanken? Naja, also ich habe natürlich solche Momente mit meinen Kindern viel gehabt. Also ich habe das immer herrlich gefunden, wie sie voller Freude in Pfützen gesprungen sind, ohne sich einen Gedanken darüber zu machen, was das mit der Kleidung machen könnte. Und ich kann Mütter oft nicht verstehen, ich brüche mich natürlich nicht ein, wie Kinder davon abhalten, den Dreck zu erkunden, den Mund zu nehmen. Ich weiß nicht, wie viel Sand mein erstes Kind beim Krabbeln gegessen hat, wirklich auch reingebissen hat. Und ich finde, dieses zu sehen und das auch aushalten zu können, dass das passiert, finde ich toll. Mein letztgeborener Sohn der Levi, der hat unsere munter Schublad in der Küche immer aufgemacht und da drin Gläser mit Mehl, Haferflocken und sowas alles drin und der hat es geliebt, das Mehlglas rauszuholen und den ganzen Boden vollzumachen mit Mehl und hat gebacken und gebacken und gebacken. Ich fand das toll. Ich fand es herrlich, ich fand es herrlich und auch zu sehen, wie glücklich ich finde, das gemacht hat. Und da kann man jetzt sagen, Verschwendung, ich habe gesagt, 80 Cent oder so, das habe ich ihm gegönnt und dann habe ich es weggesaugt, wenn er fertig war und dann war gut, mein Essen kann man es nicht mehr. Aber ich fand, dass er das erleben wollte und anfassen wollte und mitmachen wollte, das war sein größter Glücksmoment. Schön, das Marienkäfer-Ding da. Die bleiben an jedem Käfer, an jedem Kraut, an allem stehen. Du kannst spazieren gehen, bedeutet ja 10 Meter und in dieser 10 Meter sind, ist die ganze Welt. Da ist alles. Da ist alles. Und ich konnte es deswegen genießen, weil ich es eben noch ins Reiten nach Mittag hatte. Und das wird ja auch anstrengend. Es gibt ja Kippmomente, muss man ja ganz klar sagen, wenn man dann denkt, ich möchte jetzt aber auch noch mal was für meinen Kopf tun und ich möchte nicht 24 Stunden am Tag die Türmchen bauen oder ich muss es auch geben, der auf den Boden geschmissen wird. Man braucht auch was zu bekämpfen. Und deswegen war das für mich eine super Geschichte, die Zeit genießen zu können, die man hatte, jeden zweiten Nachmittag und den anderen Nachmittag mich auf, mich zu konzentrieren auf das Berufliche, auf meine geistigen, das ist nochmal so, Entwicklungen und Beratungen, war für mich eine ideale Kombination. Ja, das hat auch sehr viel mit Fokus zu tun, also das Fokussieren, dass du nicht alles auf einmal machst, sondern dass du sagst, okay, heute voller Fokus auf meiner Entwicklung, auf den Geistigen, wie du sagst. Du bist ja auch Marktforscherin und Psychologin, da muss man ja auch manchmal ein bisschen tiefer reingehen und sich durch Studien durchwälzen. Also da kann ich mir vorstellen, das ist auch nur bedingt möglich, wenn jetzt parallel so ein kleiner Mensch da noch rumspringt und auch die Aufmerksamkeit hat, möchte und am Ende des Tages ist ja auch keinem geholfen, wenn du beides nur halb machst. Absolut. Aber trotzdem ist das Gefühl natürlich immer da. Sind wir mal ehrlich, das Gefühl und warum wir über Achtsamkeit reden und aufpassen und innehalten, das Gefühl, was sich ständig einstellt, ist an keiner Stelle gut genug zu sein. Und dieses innehalten und dann mal zu sagen, es ist doch gut genug und der Moment ist gut genug, das ist ja, das ist ja etwas, wo wir uns auch aus diesem Perfektionsdruck und aus diesem immer, man wird nicht fertig, man wird mit den Kindern nicht fertig machen, man wird im Job nicht fertig. Wird man aber auch nicht mit fertig, wenn man Vollzeit arbeitet. Teilzeit ist noch schlimmer, da habe ich noch andere Meinungen zu, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Aber deswegen ist das ja so entlasten und erleichtern, zwischendurch mal innezuhalten, zu sagen, was habe ich denn eigentlich alles geschafft, was ist denn eigentlich alles gelohnt und was wir jetzt gerade in diesem Moment. das kann schon helfen. Ja, das auch wertzuschätzen und überhaupt bewusst mal sich zu machen und nicht immer nur das zu sehen, was vielleicht nicht geschafft wurde, sondern auch sich zu erfreuen, was man erleben durfte. Also diese unendliche Liste von To-Dos, die abends immer noch da ist als Mutter und als berufstätige Mutter, die ist ja immer so eine defizitäre Liste. Und das ist genau, wie du sagst, das ist viel besser, am Abend eine Liste zu machen, wegen die Kraft wollen. Und die man doch machen muss. Ich habe im Rahmen meines Mindful Parenting Teacher Trainings, das ist ja quasi die Achtsamkeit für Eltern und letztendlich, dass es eben auch bedeutet, sehr viel auch an sich selber zu arbeiten, weil auch das eigene innere Kind ein Stück weit wiedergeboren wird, wenn wir Eltern werden. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und ja, da geht es eben genau darum, auch mal den Sein-Modus zu aktivieren und nicht immer nur den To-Do-Modus. Und da vielleicht auch mal zu schauen, was könnte denn auf meiner To-Be-Liste stehen und nicht nur auf der To-Do-Liste. Und To-Be-Liste wäre vielleicht genau das, ich habe einen schönen Moment erlebt und einfach dem Lachen meines Kindes zugehört. Und das ist etwas Tolles, was ich heute auf meiner Liste abhaken kann. Also das auch quasi anzuerkennen. Schönes Wording. To-Be-Liste statt To-Do-Liste. Sehr schön. Sehr gut. Danke dir. Ja, es war schön, wenn ich dir auch die ein oder andere Inspiration auch geben kann. Also es freut mich. Ich finde auch immer, dieser Austausch ist sehr wertvoll. Also du bist ja auch jemand, du bist ja sehr visibel, du hast eine große Sichtbarkeit. Wir haben gerade schon kurz über deinen LinkedIn-Post gesprochen, der so ein bisschen viral gegangen ist. Aber da kommt ja auch manchmal ein bisschen kritische Reaktion zurück. Das kennt jeder, der schon mal irgendwie ein Posting abgesendet hat. Da muss man sich im Vorfeld so ein bisschen darauf einstellen, dass das auch passieren kann. Wie gehst du denn mit sowas um und woher ziehst du die eigene Kraft oder auch die positive innere Haltung damit umzugehen? Also zunächst, wie visibler man wird, desto häufiger ist das. Das ist quasi wie, du kannst dich allen gefallen. Es gibt immer Menschen, die anderer Meinung sind. Anderer Meinung zu sein, finde ich grundsätzlich nicht schlimm. Was ich nicht finde, ist, wenn der Ton unter dem Gürtel geht. Das geht ja auch oft. Auf Twitter sozusagen, dass ich Twitter verlassen habe. Das ist nicht mein Feld. Ich mache keine Politik. Ich mache psychologische Themen. Ich möchte ein bisschen Text schreiben. Geht für mich am besten auf LinkedIn. Und auf LinkedIn passiert es durchaus auch, dass Menschen unter die Gürtellinie gehen. Und heute habe ich einen sehr einfachen Umgang gefunden. Mein Feed ist mein Zuhause. Und wenn sich jemand dadurch nicht bedimmt, dann fliegt er raus. Also andere Meinung, ja, unter die Gürtellinie, nein. Ich habe Grenzen. Ja, weil ich bin ja kein Journalist. Ich mache LinkedIn, weil mir das Spaß macht. Weil ich eine bestimmte Message in die Welt raustragen möchte. In der Regel hat das was mit Psychologie zu tun. Oft was mit Frauen. Manchmal mit Nachhaltigkeit. Auch was mich fasziniert und begeistert, wo ich denke, es lohnt sich zu scheren. Könnte andere auch inspirieren und begeistern. Und ich bin aber ja kein Journalist, der sagt, ich muss alles ganz beitragen, ich muss alles aushalten. Kein Medium. Das ist mein Feed. Mein Account. Und als ich einmal begriffen habe, ich würde Menschen auch nicht in meinen Haus lassen, die sagen, was ist das denn für dämliche Rundstüge? Wie kommen Sie da? So ein Mist. Die würde ich ja auch nicht bei mir reinlassen zu Hause. Ja. Futterpunkt. Also haben wir auf meinem Feed auch nichts verloren. Wenn die einfach mal meinen, können Sie auf Ihrem Feed genau das schreiben, was Sie denken, in Ihrem Ton, wie Sie das möchten, muss ich nicht lesen. Auf meinem Feed ist ein freundlicher Umgang. Wer sich daran beteiligen möchte, Lust hat mit mir zu diskutieren, den kommentiere ich auch gerne. Und da, wo das anfängt, mir weh zu tun, das weiß ich das raus. Das muss ich mir doch nicht antun. Das muss ich mir nicht anhören. Ich bleibe ja auf der Straße nicht stehen, wenn mich jemand beschimpft. Das fahre ich auf LinkedIn auch nicht. Ja. Also finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, was du sagtest mit dem Haus. Ich lasse den doch auch nicht in mein Haus, wenn der nur kommt, um mich zu beschimpfen. Also warum man das eigentlich virtuell dann machen muss, ertragen muss. Richtig. Ja, guter Punkt. Es tut ja genauso weh. Ja, es tut ja genauso weh. Und ich muss mich doch nicht verletzen lassen. Warum? Das ist ja nicht der Sinn. Es gibt ja genügend Menschen, die mir gerne folgen, mit denen ich gerne vernetze. Ich vernetze mich wirklich sehr, sehr gerne. Und ich gebe immer jedem erstmal eine Chance. Wirklich jedem. Wie gesagt, es muss nicht jeder meiner Meinung sein. Aber wenn er bei mir kommentiert, kommentiert er respektvoll. Mir gegenüber und auch den anderen Leuten, die da drin sind. Wenn er das nicht kann, bitte, soll er woanders hin gehen. Kann er ja auch Twitter machen, nicht bei mir. Ja, also da merke ich auf jeden Fall, dass du da auch sehr, sehr bewusst darüber bist oder auch achtsam, was deine Grenzen betrifft. Also du weißt genau bis hierhin und nicht weiter und kommunizierst das auch. Das tue ich. Aber die meisten, da reagiere ich schon wegen des Algorithmus nicht drauf. Die schmeiße ich direkt raus. Die lösche ich. Aber ich habe es jetzt schon oft genug gesagt, dass das nicht funktioniert bei mir. Deswegen sind meine Kommentare unter meinem Feed auch in der Regel positiv und es ist eine wertvolle Auseinandersetzung. Sehr schön. Wie lädst du denn deinen eigenen Akku wieder auf? Also woher schöpfst du Kraft und Energie? Durch das Essen, was mein Mann mir kocht. Ja, kann der gut kochen. Der kocht und wenn der ein paar Tage nicht da ist, dann merke ich immer auch, das tut mir nicht so gut, weil ich dann nicht so gut mich ernähre. Also Essen ist schon was ganz Tolles. Medizin. Und dann natürlich Sport. Ich mache extrem viel Sport. Ich muss das auch auflaufen. Dann natürlich mal ein Podcast oder auch ein bisschen Musik und bin dann irgendwie für mich. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ansonsten ist es schon tatsächlich, mir macht irgendwie Spaß. Ich schreibe gerne was. Wenn ich ein paar Tage in mir gar nichts schreiben darf, dann bin ich schon so ein bisschen unruhig. Dann muss ich schon so ein bisschen was machen. Und das ist jetzt nicht so, ich muss jetzt auch so ein bisschen wieder schreiben. Ich habe auch eine Weile Kolumnen geschrieben. Ich muss was schreiben. Das ist so ein Punkt, wo ich so denke, wenn das raus darf und ich bewegen darf und was aufschreiben darf, was mir dann nur in den Kopf geht, dann geht es mir eigentlich ganz gut. Und dann darf die Zeit mit meinen Kindern nicht zu wenig werden und die Zeit mit meinem Mann als Partner auch nicht. Wobei ich jetzt auch nicht jedes Wochenende ganz frei habe und mir die verbringen kann. Aber wir versuchen schon, uns immer wieder Räume zu schaffen. Ich habe in meinem ersten Buch die Achtsamkeit so ein bisschen betrachtet auf Basis von sieben Ebenen. Und da muss ich gerade so ein bisschen dran denken, weil ich eben glaube, dass nicht für jeden immer die gleiche Ebene die richtige ist. Also der eine, dem fällt das leicht und der findet einen einfacheren Zugang, sage ich mal, zu Stille und zur Meditation. Aber der andere, der empfindet halt zum Beispiel diese innere Ruhe eher, wenn er halt auf der Kreativitätsebene der Achtsamkeit surft. Das bin ich zum Beispiel auch. Also ich mache leidenschaftlich gerne Musik und Schreiben liebe ich auch. Du liebst das Schreiben. Jetzt hast du zusätzlich noch erwähnt die Bewegung, der Sport. Das ist die Bewegungsebene der Achtsamkeit. Ja, dann das Essen nenne ich die Ritualsebene der Achtsamkeit. Also das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört. Und das finde ich sehr schön, dass du das so bunt gepflückt hast, bunt verteilt hast und auch merkst, wenn dieser Blumenstrauß zusammenkommt, dann geht es dir gut. Genau, so ist es. Also ich bin kein Meditationstyp, das habe ich schon ein paar Mal versucht. Das ist nicht so meins. Dann lese ich lieber was. Das ist natürlich auch sehr schön, aber das muss ich zugeben, sehr selten und wenn überhaupt, ab und zu mal ein halbes Stündchen am Wochenende und dann überwiegend im Urlaub. Aber diese stille Ebene, sehr schön, sehr spannend, werde ich mir auch nochmal anschauen. Aber ich denke eben auch, also bei mir ist immer klar gewesen, ich habe verschiedene Ebenen, auf denen ich mich spanne. Und ich muss auch mal gucken, welche drängt so gerade. Wenn ich die ganze Zeit auf der Schule gesessen habe und merke, jetzt muss ich mich bewegen. Also ich merke auch wirklich, wenn ich den Tag mich gar nicht bewege, dann, das geht mir nicht gut. Ist aber auch so, wenn ich zwei Tage gar nicht feine, ist das ähnlich. Also muss man da ja immer so schauen, was drängt gerade, was will raus. Das ist ja vielleicht auch was, was im Jetzt ist. Was muss ich jetzt bedienen, damit ich wieder so ganz werde, wieder so eine Einheit darstelle, die bei sich ist. Sehr, sehr schön. Du sagst ja selber, die Frage nach dem Warum hat dich letztendlich zur Psychologie und auch Morphologie geführt. Das fand ich sehr, sehr schön. Deswegen stelle ich dir jetzt meine Warum-Frage. Warum sollten wir auch mal stehen bleiben, um den Moment zu genießen, wenn wir es eilig haben? Weil wir, wenn wir es eilig haben, übersehen, worum es eigentlich geht und warum wir so rennen. Ja, es ist ja so fast schon so ein bisschen so ein Klischee, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ich folge dem nicht immer. Ich gehe auch manchmal schnell, wenn ich es eilig habe. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen ziziert und sagt, wenn sich das Eilen als Stress anfühlt, dann ist es schon gut, das auch mal zu unterbrechen, um noch eine andere Perspektive reinzukommen. Bei mir ist das Eilen nicht immer Stress. manchmal gehen mir Sachen, ich sage das auch mal so, zu langsam, das stresst mich auch schon. Ja, das ist ungeduld. Ja, ich weiß nicht, ob das ungeduld ist, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob deine Kinder schon in der Schule sind. Wird deine Kinder schon in der Schule? Mein Sohn ist im Kindergarten noch. Okay. Der ist vier. Okay. Wenn du mal in der Schule sind und du musst auf Elternabende, dann weißt du vielleicht, was ich meine, warum schneller manchmal auch stressfreier ist. Ja, ich kann es mir vorstellen. Was da in einem Tempo diskutiert wird, wo man natürlich mit vier Kindern auch unendliche Wiederholungen dessen, was man schon zigmal durchgekaut hat und wo man dann sitzt und denkt, ich stelle keine Frage jetzt, weil das verlängert den Elternabend um weitere zwei Stunden. Ja. Dann finde ich, ich weiß nicht, ob das allein, ich würde mich auch jetzt ungeduldig bezeichnen, aber es ist nicht allein ungeduldig. Ich finde, es geht eben in beide Richtungen. Manchmal kann man auch etwas als zu langatmig und zu stressig empfinden, wenn es nicht vorwärts geht. Das wissen wir ja auch aus dem Change Management, wenn sich gar nichts entwickelt, wird es auch Stress. In der morphologischen Psychologie würde man diese Vereindeutigungen immer vermeiden. Man würde immer sagen, sowohl das zu eilig und zu hastige Gehen kann problematisch werden, als auch das zu lange Verweilen und zu lange hingucken kann. Unachtsamkeit bedeutet, weil man nicht schaut, wie es weitergeht. Also es ist interessant. Immer beides beinhalten und das ist ja vielleicht auch nicht so weit weg von solchen philosophiesischen Theorien. Das heißt, gegenseitig bedingt und auch nicht nur im Beginn erhalten immer die Kraft oder immer, inhalt ist natürlich ein sehr positives Wort, aber du weißt, was ich meine. Immer in der Verlangsamung unbedingt die Entstressung liegt. Ich finde, es ist beides möglich und ich erlebe auch beides. Ja, total spannend und ich meine, für den einen ist es auch total erfüllend, wenn er irgendwie in der Achterbahn Loopings fährt. Also was jetzt nicht so viel mit langsam zu tun hat, aber vielleicht wird er dadurch wieder das Gefühl bekommen, dass er lebendig ist. Also ich merke es auch beim Laufen. Ich sage ganz ehrlich, manchmal entfragt mich das total, wenn ich an meine körperliche Grenze gehe und es geht nur nicht mehr Laufen. Umgekehrt, das Beispiel mit der Schule und den Elternabenden ist schon ein wichtiges. Da bin ich wirklich danach, weil es so langsam wird, so mega gestresst, weil ich denke, wir können das in zehn Minuten abhandeln, ohne uns zu eilen, aber diese Zerdehnung, das ist vielleicht das richtige Wort, Zerdehnung von etwas, was vielleicht auch diese Zerdehnung nicht braucht, wo man sich dann behindert und zurückgehalten fühlt. Ich kann auch stressen. Ja, ja. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also regelmäßige Achtsamkeitspraxis führt ja Studien zufolge zu erhöhter Resilienz und auch Empathie. Und da würde ich natürlich sehr gerne nochmal deine Meinung auch als Psychologin und Marktforscherin zu hören. Wie siehst du das? Glaubst du daran? Oder gibt es vielleicht auch Studien, wo du sagst, da ist irgendwie was sofort in deinem Kopf hängen geblieben? Wie stehst du dazu? Naja, also ich glaube, dass du die Achtsamkeitsexpertin bist und auch mit dem Thema Resilienz viel mehr Erfahrung hast, als ich das in der Marktforschung habe. Zum Thema Empathie hingegen habe ich natürlich sehr viel geforscht und bin der Auffassung, dass das ein super Women-Spirit der Zukunft ist. weibliche Eigenschaft haben wir ja auch in unserer Studie, warum Frauen die Welt retten werden, Männer dabei unermesslich sind, Ja, habe ich gelesen. Wir haben sehr vielen Führungskräften und dieses Empathische wird ja in unserer Kultur, wenn man den Ausgangspunkt nimmt, das Emotionale, als etwas, was dem Weiblichen, nicht den Frauen, es gibt ja auch Männer mit weiblichen Anteilen, Frauen mit männlichen Anteilen, also dem weiblichen im Geschehen zugeschrieben wird und das Emotionale halte ich für einen riesigen Mehrwert, um am Ende besser durch das Leben zu kommen und die Fülle des Lebens von allen Seiten zu ziehen. Das Emotionale ist kein Gegensatz zur Lunggegung und zur Sachlichen, sondern es ist eine Ergänzung und mir ist sehr wichtig zu sagen, wir nehmen auch hier die Fülle von allem Emotionalen, die Empathie wird ja oftmals immer nur in so eine positive Emotionalität gelegt, aber es gibt viele Facetten von Emotionalen, die wichtig sind wahrzunehmen, zu spüren, zu leben und nicht immer zu sagen, oh, da war ich zu emotional, das ist was Schlechtes, sondern zu sagen, was ist das eigentlich, was bedeutet diese Emotionalität jetzt gerade und wie kann es Gewinn bringen für mich, für das Unternehmen, für die Zukunft, für mein Leben eingesetzt werden und das geht. Darauf haben wir im ganzen Leben, haben wir ein ganzes Buch geüttelt, so jetzt habe ich auch schon versprochen. Also Empathie, wie findet das denn Einzug in deiner Mitarbeiterführung oder auch in deiner Erziehung? Ja, in unserer Erziehung ist es natürlich so, dass unsere Kinder sich schon fast lustig machen darüber, dass wir immer alles als Psychologen betrachten und sagen, manchmal ist es aber auch, könnt ihr das nicht einfach mal so lassen, da steckt nichts dahinter. Ich glaube aber, dass man als Eltern sowieso natürlich fast immer so viel Empathie für seine Kinder mitbringt, dass es ja eher schwer ist, sich daraus zu halten. Auf Basis des Buches allerdings haben wir die weiblichen Skills, das Empathische, das Einfühlsame, das Empfindsame so ein Konzept gemacht, was wir in unserem Unternehmen auch leben wollen. Wir haben gesagt, in unserer Kultur gibt es ein Leistungsbild, das immer davon ausgeht, dass wir jeden Tag gleich drauf sind, also immer gleich performen, immer auf einer Höhe, immer gleich gut sein, das ist ein typisch männliches Feld. Und das Weibliche ist ja per se schon zyklischer angelegt. Es gibt Höhen und Tiefen. In den Höhen, zum Beispiel rein körperlich gedacht, rund um den Eisprung, fühlen die meisten sich komplett unschlagbar, und sind wir ehrlich, sie sind es auch. Und dann gibt es die Zeiten, wo sie sich total empfindsam fühlen und das Gefühl haben, sie können gar nichts mehr machen, da sind sie aber sehr empfänglich für neue Ideen, für kreativ ist. Also es ist ein ganz anderes Leistungsmodell, das zyklische Modell. Und dieses zyklische Modell haben wir bei uns eingeführt, indem wir gesagt haben, denke, es gibt Empfindsamkeitstage. Wenn du also, egal ob Mann- oder Frau-Tage, hast du das Gefühl, dass heute klappt es nicht so, ich gehe jetzt mal besser spazieren, vielleicht kommt mir dann eine Hunde, die haben viele kreative Sachen, die wir aufschreiben müssen in der Forschung, fängt ja nicht vom Himmel, sondern berichtet, man muss einfach auch eine Idee haben, was bedeutet das, dann darf das bei uns jeder nehmen und dann gab es ja diese spanische Diskussion, sollen Menstruationstage eingeführt werden und wenn das für die Frauen eingeführt werden, wieso dürfen die Männer dann vielleicht nicht und so und dann haben wir eigentlich gesagt, nee, wir finden das nicht gut, das auf die Menstruation zu beschränken, A, gibt es Frauen, die dann aus den Wechseljahren sind und B, gibt es Männer, die vielleicht keine Menstruation haben, die glauben, dass alle Menschen Zyklen haben, das habe ich jetzt auch gerade nochmal gelesen, das stimmt auch, Männer haben das nämlich an jedem Tag, was ist denn das, dass Männer tatsächlich einen Zyklus an einem Tag haben, das gibt es im Gang, Crocs und Co. hat das gerade veröffentlicht, weil das war mir noch nicht bekannt, spannend, und das haben die viel extremer als Frauen, Frauen haben das eher über so einen Monat gestreht, der Zyklus eines Mannes, das ist also am Tag so, dass die Frauen so kurz nach sechs in so ein Loch kommen und genau, wir haben gesagt, dieses zyklische Modell und dieses Impinzahne wollen wir in unser Unternehmen integrieren und haben das eingeführt, wir müssen auch keinen Urlaub nehmen, sagen, es klappt heute nicht, kann irgendwer was für mich übernehmen, es kann ja auch mal sein, dass ein guter Freund krank ist und sterben liegt oder die Mutter oder was auch immer, es könnten ja verschiedene Gründe sein und das wollen wir auch und dann muss man ja sagen, es gibt ja einen Bereich in unserer Gesellschaft, wo es auch schon funktioniert, wo es aber gar nicht gesehen hat und das ist der Leistungsschritt. Es gibt immer Phasen, wo du trainieren musst und dann die erholen. Da ist eigentlich ein weibliches Modell schon drin, um nach Leistung zu streben, wenn man sagen kann, es ist nicht funktionieren. Ja. Nur Phasen auch aktiver reinzubringen. Also, ich glaube, dass das was mit deinem Thema zu tun hat. Total. Absichtlichkeit und Resilienz. Ich finde das großartig in Finnser. Resilienz entwickeln, obwohl wir uns von einer ganz anderen Seite jetzt genähert haben. Ja, über diese Studien, die wir da gemacht haben. Ja, finde ich ganz toll. Superschöne Idee. Empfindsamstage? Empfindsamkeitstage. Empfindsamkeitstage, ja. Deswegen auch hier so Züger für die Tür gemacht. Und so, guck mal, ich halte jetzt mal die Kamera. Empfindsamkeit kam in. Super. Oder Empfindsamkeit fokus. Also ich müsste mich gerade konzentrieren. Lass mich mal ein bisschen auf die Uhr und dann haben wir hier so eins Hugs, die Torks, der Weltkamm und lief mir hier laufen. Finde ich wirklich großartig, Ines. Und das ist auch was, das kann man auch in der Familie wunderbar irgendwie, ne, weiterführen. Also auch da sich gegenseitig diesen Raum mal zu geben, ne, und zu sagen, hey, okay, der eine möchte jetzt eben einfach gerade mal zehn Minuten für sich alleine sein. Und das auch zu sehen, ohne sich das direkt persönlich irgendwie zu nehmen. Absolut, absolut. Und das ist ja dann manchmal auch wirklich, wenn man das beschäftigt, manchmal reicht dann auch eine Stunde und sagen, komm, ich lass mich mal ein bisschen, ne. Und manchmal ist ja auch ganz schön, da brauchst du nämlich zu sagen, mir geht's gerade nicht so gut, aber wenn man mal ein Kaddel, wäre auch mal schön. Total. Haben viele oft rausgegeben. Da weiß man auch immer, okay, der hat Redebedarf, da kann ich auch mal eingehen und wir können mal ein bisschen quatschen, wenn was ist. Wunderschön. Also wirklich sehr, sehr, bin ich ganz großartig. Was ist denn dein Top-Hack für eine gesunde Work-Life-Kit-Integration? Irgendein Impuls oder was du persönlich anwendest? Ja, ich glaube, den habe ich schon gesagt. Also ich glaube, dass der Plan im Vorfeld, der dann angepasst werden muss, du hast es dann agil genannt, dass der unfassbar wichtig ist und das eben Vereinbarkeit, was ist, was immer eine Partnerschaftlichkeit erfordert. Vereinbarkeit bedeutet nicht, Frau, für mich zumindest, Frau geht Teilzeitarbeit mit der Mann Vollzeit und dann haben wir noch Ehegatten-Splitting und danach dann auch hier all diese ganzen Geschichten, das bedeutet für mich Vereinbarkeit nicht, sondern Vereinbarkeit bedeutet für mich 50-50 auf allen Ebenen und darüber auch im Vorfeld richtig nachdenken. Da habe ich auch noch eine Studie, die ich gerne erzählen würde. Wenn Frauen schwanger sind, haben fast 80% der Frauen das Gefühl, dass ihr Partner oder Partnerin genauso in der Lage ist, sich um das Kind zu kümmern wie man selbst. Wenn das Kind dann da ist, nach zwei bis drei Monaten, schätze mal, wie viele Frauen das immer noch mit Ja beantworten. Mein Partner kann das genauso gut. Wahrscheinlich deutlich weniger, oder? 14%. Oh, das ist ja wirklich sehr viel weniger. Das ist ein hoher Fall. Und es sind ja die gleichen Frauen, die wir damals befragt haben, repräsentativ im Übrigen. Und das finde ich deswegen so erschütternd, weil ja dann offenbar irgendwas passiert in dieser Zeit. Und dies, was da passiert, das, ja, da hätte ich dann vielleicht ganz zum Schluss noch ein kleines Anekdötchen. Sehr gerne. Was da häufig passiert. Gerne. Wir kommen tatsächlich langsam Richtung Ende unseres Gesprächs. So schade das auch ist, ich würde das gerne noch weiterführen. Super spannend, mit dir zu sprechen. Also insofern darfst du dein Anekdötchen gerne teilen. Genau, was meistens passiert, ist vielleicht mir auch passiert. Also als ich das erste Kind bekommen habe, dann ist man ja so ein bisschen stolz, vielleicht als man mal kauft, so passende Strampleroberteile. Alles soll irgendwie so ein bisschen nett aussehen und man macht die so süßfertig und so, wie einem das Kind so gefällt. So, und jetzt ist ja mein Mann in gleicher Weise hat sich um die Kinder gekümmert und hat auch das erste Kind natürlich schon bewegt, angezogen. Und dann gab es eben den Kindern am Mittag und er hat dann ihm was angezogen, was jetzt nicht zusammengehört. Und was ich persönlich gruselte und war dann natürlich auch sauer, dass dann die Teile so auseinandergerissen wurden, weißt du, dann hast du das in der Wäsche und das dann nicht, weißt du, so. Weil am Anfang sind die ja so ganz, dann habe ich ihm das gesagt und das gehört zusammen, das gehört das zusammen und dann hat er, nachdem ich das dann zwei, dreimal gemacht habe, hat er sich von mir aufgebaut und hat gesagt, klingt es. Du willst, dass ich das Kind winkle, dass ich mich kümmere, so wie du. Das ist mein Nachmittag. Halt dich raus. Ja. Ich mache das so, wie das jetzt für mich richtig ist. Mir gefällt das, ich ziehe dem das an, was ich will und zwar verkaufe ich eigene Klamotten für das Kind, aber das ist mein Nachmittag. Das haben wir viel später dann auch noch und dann habe ich gedacht, recht hatte. Die Frauen müssen sich dann auch rausnehmen. Wir müssen die Männer das so machen lassen, wie sie das machen und die machen das verdammt nochmal anders, als wir Frauen. Die haben ganz andere, einen ganz anderen Fokus, als wir den haben. Mein Mann lernt auch ganz anders für die Klassenarbeiten mit meinen Kindern, als ich das tue. Ganz anders. Und mir ist das immer nicht so recht. Ich habe immer so einen Impuls, dass ich denke, man möchte es aber doch, so geht es doch richtig. Weil ich bin doch Mama. Aber ich glaube, dass das vielen Paaren nachher auf die Füße fällt. Genau das ist. Und dann noch meine letzte Anekdote. Mein Mann hat es nicht nur von mir erfahren. Er ist mit vier Kindern, eins im Arm, eins mit der Schulter, so viel Platz gegangen. Und dort gibt es dann mit vier Kindern. Und mein Mann hat es auch im Singen. Und dann gab es Mütter, die gesagt haben, ja, wir haben das Kind ja gar nicht richtig angezogen. Es holt sich doch ein Tod. und diese Sprüche kamen sehr häufig. Und mein Mann hat irgendwann gesagt, Stück plant eins, hab da vier. So ein guter Konter. Weil er nämlich genau noch mal sagt, ihr habt nicht recht, sondern ich mache das jetzt so, wie das für mich richtig ist. Ich fand das wirklich ein super Konter. Und ich bin heute noch sehr, sehr froh, dass mein Mann gleich zu Anfang klargestellt hat, du, das ist mein Nachmittag, jetzt so wie ich, ich müde mich bei dir nicht ein, du müde mich bei mir nicht ein. Und diese Toleranz brauchen wir, damit wir gegenseitig akzeptieren, dass die Kinder von jedem was anderes haben. Und dass es gar keine Richtigkeit falsch gibt. Ich glaube, das sind dann auch die 14 Prozent. Sehr, sehr schöne Geschichte. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wenn du jetzt dir etwas von einem Glückskäfer wünschen dürftest, wenn wir noch mal zurück zu unserem Marienkäfer kommen, was du allen Eltern, Kindern, Familien auf den Weg geben wollen würdest, was wäre das? Dann würde ich mir wünschen, weniger zu hadern, weniger am Abend zu denken, was man alles nicht hat, sondern mehr, was man alles hat. Und das passt wahrscheinlich ganz gut in deine To-Be-Wünsche. sehr schön. Vielen lieben Dank, Ines. Es war ein ganz wundervolles Gespräch. Und ja, ich werde im Nachgang natürlich auch noch den ein oder anderen Link zu dir teilen, falls man noch mehr über dich erfahren möchte. Und bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass wir sprechen konnten und dass du da ein Modell geteilt hast. und freue mich auch, dass du da, ja, das machst, weil Sharing is Caring, ne? Und indem man auch darüber spricht und einfach auch mal andere innovative Seiten und Modelle aufzeigt, denke ich, können auch andere Menschen inspiriert werden. Also vielen Dank an dich. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf dein Buch und ich finde, das ist eine tolle Sache, die du da angeschoben hast. Und ich glaube, das ist genau, wie du sagst, Sharing is Caring und du sharest es ja dann auch alle und musst ganz vielen Eltern damit eine große Inspiration sein. Ich danke, dass ich Gast sein durfte. Danke dir, Ines. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Tschüss.